Auch mal ein Zug zum Tor. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Hunter! Der Ball ist drin, sie gehen in Führung. Perfekter Zeitpunkt für das Tor. Ja, eigentlich ist ein Tor und der Zeitpunkt immer gut, aber das hier gibt natürlich nochmal extra Schwung.